dann an dieser stelle auch ein herzliches erlöschen an die seite von youtube ich hoffe jetzt hier wieder auf youtube mit besserer qualität dann sollte abfolge ich habe schon wieder vergessen ich und mein hirn ganz schlimm abfolge 26 sollte dann wieder besser werden und ja wie immer der hinweis sollte da mal live im stream dabei sein wollen da gibt es nämlich die bessere qualität tatsächlich oder auch mal discord twitter oder auch tweet punkt net vorbeischauen wollen holgen wollen beitreten wollen whatever link dazu unten in der video beschreibung so wir müssen das erstes mal müssen wir jetzt glaube ich ausmisten ja müssen wir so das problem jetzt lydia lydia schau mir in die augen komisch dankeschön wir sagen das hat aber schon besser funktioniert es kann sein jetzt für die seite von youtube das ist dann hier irgendwo dann den cut gibt einen sprung gibt und ich schneide es einfach raus eventuell lasse ich es drin weil sie noch nicht weil unterm strich viele let's player et cetera schneiden das immer raus und oder machen das zwischen den folgen ich sag halt immer so es gehört halt mit zum spiel ja und darfst du mir in der regel umgeschnittenes gameplay gibt und gucke ich eigentlich hier wenn ich die bücher suche die legende des roten adlers die haben wir doch gelesen so dann kommen ja dann muss ich mal ich muss mal ich kann nicht dazu mehr zu überlegen wie ich das hier wie ich das hier sortiere müssen wir mal gucken warte mal doch hier ne quatsch die kommen ja unten hin so ob kommen lydia be wichtig doch mal bleibt ja nicht immer mitten in der tür stehen du den fisch wir machen dass ich versuche das jetzt auch schnell zu machen so waffen was haben wir denn schon waffen sind da drin ja ich schaue jetzt einfach mal raus hier das bleibt da das bleibt da die gleiche klinge bleiben da wird man vielleicht mal wieder aufladen frucht des roten adlers schaden 16 11 schick wir haben neue waffe können wir die da reinhauen die machen wir jetzt mal so statt des zombies ich habe das feuer altruhen hoch und ich hau das jetzt mal rein da das zeug bei händler so akku gleich wieder der vom spieler wieder halt klar guck mal vorher landen so dann auch mal generell für youtube und und auch hier bei mir im chat ich werde ich schaffe es nicht ich werde da manche sachen auslagern müssen es wird auch auf youtube demnächst einige sachen youtube umgegeben bei mir muss da mal gucken wie ich das aufteilen unter sonstiges ist das kräftig am net ist das kräftig ich habe keine ahnung das ist kräftig das ist kräftig 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 ich habe keine ahnung pelze ungewöhnlicher stein und tschuldigung so dann mal hier kommen die ganzen bekleidungen rein ne die wartet halt zwischen schreien vermindert sich weg 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 du willst deine youtube abonnenten buschen darum machst du das es ist tatsächlich er sich die spieler hier nicht mehr unterkriegt so zutaten hatte ich da unten nicht welche ja er sehen sang brust brot du sollst du nicht fressen du sollst du da reinhauen und der wohl einen topf lassen wir auch mal da lachs braten aber zutaten weil das geht hin solche ist tatsächlich zutat so genau das muss er drüben rein sorgen ich versuche es ganz schnell zu machen so was haben wir da jetzt ok den rest haben wir uns da oben rein und gut ist alles gut abo habe ich werde hast du mir gerade gefolgt oder wie einmal kein mensch braucht drei fackeln gewöhnlicher seelenstein ich habe jetzt mal da rein makelloser granatstein habe ich auch keine ahnung das ist ein questing mächtiger seelenstein gefüllt mit mächtiger den lassen wir mal da breit feder ungewöhnlicher stein ist auch ein ding veredelter malachit oh also der muss in das ding rein kräftig zeug hier hatte ich da drin oder ja na wo ist das malachit jetzt so warum bin ich schon wieder sooo schwer so was habe ich denn da drin ach du scheiße ach genau das hier waren die teile wo ich behalten wollte ne auf jeden fall sauber tränker wundertrank des verteidigers weg ausdauer weg starke heilung lassen wir mal da auf den ganzen ausfall hast du wenigstens zeit pokémon schwer zu zocken ja das ist doch auch was so jetzt lassen wir googeln was da mal denn warum bin ich so schwer ja gut die tränke hier die ja mal dauer weil ich das dass das flitzen gehen die stadt so gut finde so dann haben wir erst mal data speichern dann haben wir hier bringe das fragment von wu draht in dein besitz okay das machen wir irgendwann müssen wir erst mal gucken was haben wir denn hier noch das wäre irgendwie mal mehr statt weniger aber gut dass du es gerade sagst muss pokébank ab abo glaube ich mein da verlängern ich habe das noch gar nicht geholt so das lassen wir das lassen wir so besuche den schrein von azur wo ist denn der gut das könnte man jetzt mal machen tschuldigung muss man aber nicht bin denn den rüften in rüften kenne ich tatsächlich ein bisschen was da habe ich begrenzt ein paar kleine ausschnitte gesehen wenn auch nicht viel fand ich voll kacken scheiße weil dann wollte ich weiter gucken weil jetzt bin ich ja habe ich ja auch gezockt so scheiße jetzt geht der da hin das macht ja da drüben alles alter kann ich wieder nicht gucken muss ich warten bis ich rüften irgendwann fertig bin er fertig ne doch bis ich da fertig bin alles gemacht habe dann kann ich sprechen wieder weiter gucken finde die energiequelle wo ist die denn na gut energiequelle ist wieder so dingsbums ne finde Nostas Helm machen wir den da doch mal oder ach du scheiße ok mach aber nicht rede mit Irnska über Objev so wo ist das denn da oben haben wir doch gerade da könnte man doch mal das da machen oder hat wäre doch mal eine idee oder hast ja auch kein 3ds oder nein 3ds habe ich keinen ja nicht Pokébank sondern dieses Pokéhome ist das jetzt da genau habe ich auch noch nicht geholt so können wir den da mal weg machen dann machen wir Jürgen Windrufer gucken wir mal nach dem Horn so wie viel Uhr haben wir es denn nachts um zwei komm Lydia wir gehen mal schlafen aber du in dein Bett ich in meins ne nicht dass du noch auf dumme Gedanken kommst 3 4 5 6 7 8 na machen wir mal so 5 Stunden Schlaf mehr habe ich aktuell auch nicht irgendwie wie 12 Stunden im Bett und die meiste Zeit davon wach wohl nervig es glüht ja nicht an deinen Hintern ja wenn dann nicht an ihren dann muss ich da mal gucken eventuell lasse ich euch sogar mitentscheiden was wir dann im Stream spielen und was auf YouTube warum beißt meine Nase ständig warum beißt meine Nase ständig komm schon dann fetzeln wir mal denn aus die Gelen macht mit Lydia eher Doktorspiele aha da war das sowas von so irgendwo habe ich hier auch einen Zettel zwei Begleiter habe ich mir schon aufgeschrieben wo wir die welche holen können eventuell holen wir da heute mal einen anderen und schauen mal äh genau ganz wichtig ist da richtig drin wir müssen da rüber da rüber ich habe gehört dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben ja tschüss du hast nichts sehen ich habe es ja ein bisschen vermisst tatsächlich wollte eigentlich tatsächlich die Woche über äh mal äh privat anfangen also nochmal einen komplett eigenen vielleicht da hier und da ein bisschen was rumtesten und so hat auch super geklappt ähm ähm Lydia kommst du alter really halt r r r r Ah, da! No, 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 no! So, ein bisschen Deckung hier wäre schon geil. Hey, Hugo! Ne, Hugo! Ich wollte doch nur... Da ist er! So, warte mal. Äh, Waffen. Warum habe ich schon wieder die Fakt-Feinde drin? Oh, come on! So, stirbt schon! Oh! Alter, bleibt doch hocken! Ihr sterbt noch heute dran. Ja, Lydia, sorg lieber mal dafür, dass wir nicht sterben! Oh, come schon! Oh, come schon! Oh, come schon! Oh, come schon! Äh, fucken, der wieder? Aha! Ich glaube, wir können gleich wieder zurückgehen. Oh, come schon! Oh, come schon! Oh, come schon! Warte mal, ich glaube, ich habe es gefunden! Finesse, Tiere in deiner Nähe werden dich weder angreifen, noch vor dir fliehen. Mehr Worte verlängern die Reichweite und Dauer. Okay, wo steht hier, wie viele Seelen ich habe? Drei, da, da steht's doch! Alter! Tigerlevel Stuhn-Deb, lies doch mal! Den mag ich! Atme Luft ein, atme Feuer aus. Der Turum erschafft ein Flammenmeer. Entwaffnen, freischlägt Stahl. Du entreißt einem Gegner die Waffe. So. Zwei Seelen habe ich, drei, äh, Turums habe ich. Äh, ich hätte gerne alle drei. Wird ein Gegner komplett ein, Feuer mehr und entwaffnen. Wird tatsächlich die Eisform nehmen und den Feuer atmen erstmal. So, dann. So, dann machen wir hier mal ganz kurz, weil das mit den Zaubertränken finde ich nämlich voll mega kacke. So, weil du da eh immer nicht siehst, wer da was hat und, äh, haben wir das hier nämlich ein bisschen übersichtlicher. Unerbittliche Macht. Warum sind da noch zwei? So. So, drei Drachenknochen sind allein 45 Kilo. Drei Drachen Schuppen sind 30. Dann haben wir Gold, Orkische Pfeile und eine Eisenkriegsaxe. Okay, wir gehen nochmal zurück. War ein sehr schneller Ausflug, hä? Warte, aber so, ein Mählich komme ich rein. Warte, noch so bei Folge 100 oder so. Wobei, warte mal, das ist jetzt dritte Aufnahme. War ich bei Folge 41. Äh, noch drei Aufnahmen habe ich aktuell. Äh, 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 eventuell wird das, also entweder heute oder morgen im Stream, äh, wird das, wenn ich es irgendwann geschnitten habe, äh, Folge 100. Und ich bin immer noch im ersten K-Falter. Also, wie gesagt, ne, by the way, das hier wird wohl höchstwahrscheinlich ein never ending let's play, stream, wie auch immer. So, während wir da reingehen, einmal ganz kurz. Mal Gläsele aufwüllen. So, das hauen wir jetzt aber auch nur kurz. So, das Drachenzeug, das war doch, äh, Nein, da, Eisenkrieg, sagst. So, dann, das hauen wir jetzt ganz kurz alles da rein. Ich glaube, das war's schon. Oh, Lydia! Was war's, ob ich über die Firma jetzt einen Kredit laufen lasse, um mir einen Rechner zu holen und das über Steuerstundungen finanziere? Die treten, glaube ich, gerade Firmen in den Ruinen, was die da machen. Ja, das ist, äh, Also, generell, sage ich jetzt mal hier so, Corona und Co. KG, äh, denke ich, wird etliche Firmen in den Ruinen treiben, ja, tatsächlich. Übersteuerstundungen jetzt finanziere. Keine Ahnung, wo's du willstin. Hull! Ich hab davon tatsächlich null Ahnung. So, probieren wir. Versuch zwei. So, wir gehen mal hier. Ach, wir müssen wieder da hin. Würde ich doch sagen, machen wir mal so, wir laufen mal so und, ganz wichtig, wir speichern. Aber, ne, vorhin hab ich geguckt. Das war der verkehrte. Warte mal, warum eigentlich hab ich denn alle Schreie, nur den da unten, den ich am meisten hab, nicht? Ab und an hätte ich hier oben ganz gerne. Oh, warte mal, wenn wir hier grad haben, wo ist denn der? Achso, ne, doch, den hab ich doch. Der war doch das, oder? Ey, du, duzi, 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 du. Ist ja alles schick, alles fein. Na, geht's dir gut? Oh, schön. Na, wie lange hältst du? Lydia, du bist brav. Oh, muss ich nicht so schnaufen. Gleich kannst du weiter rennen. Gleich kannst du weiter rennen, jo. Also, den mag ich schon mal. Bist du ein ganz braver, gell? So, viel Spaß noch. Irgendwann kannst du dich wieder bewegen. Euer Söder, was? Welcher Söder? Da, Rinder. Also, die gehen mir im Arsch vorbei. Okay. Der Kack-Söder? Hallöchen, Alexis! Leute, ich hab keine Ahnung, wer da wo Ministerpräsident oder sonst irgendwie was inne hat. Was ist denn das da unten? Ey, da war ich doch schon mal drin. Ah, komm, Lydia, das lassen wir jetzt. Mag ich auch. Dietrich Gold. Der Restige Lupe kann es bald. Lydia. Lydia. Abgesehen davon, dass du einen Pfeil im Kopf hast. Schaden 15. Den nehmen wir mal mit. Dietrich Gold. Nordmeth. Stahlpfeile. Gut, also nochmal da rein, gehe ich jetzt nicht. Heizen. Nehmen wir mal mit. Und hier. Da ist schon mal eine Blümchenpflückerei, ne? So. Easy. Oha, da spuckt er einfach Feuer. Ja, ich hab rausgekriegt, wie das geht. Zauberdrang der geringen Magiker. Das mag ich. So, Langbogen. Den kannst du behalten. Dietrich Gold. Stahlpfeile, Eisenpfeile. Das kannst du nicht behalten. So. Und Birgit Direlexis. Alles schick, alles fit. Unos Momentos. Gleich, wenn ich meine Maus gefunden habe. Wo ist sie denn? Du bist es. Ihr bleibt auf 18k. Entschuldigung, das war gerade nur ein Test. Tatsächlich. Meine Grafikkarte ist alles schick für die Aufnahme. Die langweilt sich tatsächlich mit der Aufnahme. Und Stabag, erstmal Hallöchen. Und vielen, vielen Dank für dein Resub. Für zwei Monate in einer Reihe. Fünf Monate insgesamt. Mit Twitch Prime. Vielen, vielen Dank, dass ich deine Prime Queen sein darf. Und ja, auch du darfst für deine paar Quadratzentimeter im Traumland neu einrichten. Hoffe, du hast immer noch Spaß. Demnächst mehr Emotes. Und vor allem Sub-Bitches. Hoffe, sie gefallen euch, wenn sie fertig sind. Sind gerade in Arbeit. Und vielen, vielen Dank für deinen Support. Na, wie geht's dir? So, Lydia, können wir jetzt bei der Möhe weitergehen? So, Lydia, können wir jetzt bei der Möhe weitergehen?